Vor vielen Millionen Jahren gab es noch keine Liebe auf der Welt. Was es stattdessen gab, zeigt dieser japanische Werbefilm. Bei dem gefährlichen Tyrannosaurus Rex ging es nämlich heiß her. Mit diesem ungewöhnlichen Spot wirbt der Kondomhersteller Okamoto für seine extra dünnen Kondome. Und hat dabei noch einen wertvollen Tipp. Zu früh kommen kam schon zu Dinosaurierzeiten nicht gut an.